bei der wahl und es geht ab egal mit groß vielen dank dass sie wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen folge rheinbo 60 schräg und wer ist der erster wer ist der erster die erster wer ist der erste wer ist der erste wer ist halt ja so sagt das mal im bett alter da kommt das nicht so gut wer ist als erstes gekommen er hat er ja herzlich willkommen zu einer neuen folge von rheinbo der regenbogen dabei auch wieder bv und temmel regenbogen 6 sieg neben der lagerung die schweizung die schweizbelagerung kannst du kein japanisch oder wird bvb was ziehe er war hallo verpackt abgab ich hab auch was gegen kreis gedrückt er fing ich auf einmal anders war schon aber die ganze Welt kopf alles aber er hat nicht geblieben Ortex so heck im Bambusel der da Die Party ist frei oder doch hat kassiert fuck hier paket deutsche post hallo ja wer ist hier erster was er darf es ja mit null kills alter null kills null ist ist nur das einfach nur weil er scannt mehr kann er nämlich nicht pv du weißt was wir tun ja ja hast du ein schild okay okay aber wir haben zwei vor die eigengänge wir haben gewonnen hat er jetzt einfach mal gefolgt der fieser kann schicken wie kommt es jetzt auf katschicken gegen die taktik kann niemand was machen naja an sich eigentlich schon sogar relativ easy einfach rein und dann ist nichts mehr da ich habe noch zwei wände hat hier das bild runter geschmissen da ist eine raus ein chico mon ist raus nein wer fände ich nicht da scheibe ich da ist schon ein ding von mir zerstört blackkiller pt den dorn wird aufgeschossen die sind vor der fenster den blatt und der nächste schicko mon ist wieder da und zurück becken bis johann scheinlich holt er mich da hat es welche 10 die runde gewinnen wir easy darts scheibe wir machen doch die ja alter so viel lag alter es war mal wieder klar wenn darts scheibe stirbt ist es lag darts scheibe äh bv er hat einfach so random dr hochschossen dr ich wurde gewirkt schicko dr k dr als er die oft denken die scheiße ich höre hier irgendwo jemanden laufen draußen schangelt sich einer würde ich das schild rechts kaputt gemacht jedoch nicht schild ist noch aktiv aber rechts rennt auf jeden fall ok rechts hat keiner mehr das ding ist bis auf die treppe geflogen könnt ihr auch am ende ruhig reinkommen lassen lange nicht vom fenster kommen drohne tritt hat ein paar schüsse in den fuß und neust ja links nein der städter 50 apel war nein hätte doch gar nichts machen können wenn er reingegangen wäre ja das stimmt es war dumm aber es war dumm aber es ist es war dumm ich war du hast doch selber praktisch vor am anfang gechangt ja wow ja das war komplett luck wie du mich geholt hast du schild wurde auch mit luck geholt ja ja ihr hättet einfach gar nicht challengen sollen du auch nicht du stück makaroni pizza alter stand mitten im raum aber noch ist ja alles dass wir zu bilden liegen aufka scheiße wir haben der kohly gm einer doch kapkan ich sag nur das wird scheiße das wird richtig wir haben jetzt schon auch gebrauchen können ich war überlegen ob ich den nehmen soll ich glaube die verlieren ja aber du bist also haben wir verloren dass mich durch wir auch zweimal richtig passend alter echo der klappende kappler und klaren klappert klappert klappern da war eine explosion eine eine l er da sitzt auf der treppe der hier okay doch nicht ist hat mich gepusht ja im mt-raum also dahinter hinten rechts genau da hinten rechts gelbster auch deine mutter ist gay hier wohin hier ja auch da hinten rechts also lesion ist im raum und die ist rausgewandt nice mit der shotgun executed was hat diesen da gemacht hat er gepennt geschielt hat er eine mücke im ohr hat er sich angeguckt kommt rein und guckt dann weg hat ihm ist der der hat er hat er hat hat aber hat sich okay das heißt es gibt gar keine kondome das sind film die wir noch so bilden die gespritzt werden geil neue erfindung für diejenigen die nicht gerne schlucken ab jetzt gibt es auch hin zum spritzen haben die kapkan fallen keine laser mehr wir sind die schilde von uns castel casten frakore wo wir auch vor dass du als kind vergewaltigt anscheinend nicht oft genug wir haben auf jeden fall es hat jetzt nichts mehr ja alles klar man nur lag dieses scheiß wichser man ja karl ist tot hatte ich habe keinen bock mehr auf das spiel aufzurollen oh nein auf der treppe mein auge juckt und heute ich würde mal sagen carsten hat uns ordentlich das spiel gefickt hat er hat uns mehr gefickt als die gegner alter er hat den reporten bei der Bayer der Name sagt schon alles droht sich nicht wenn wir sind hier Arbeitsbüro ne doch nicht glaubt immer was machen die da wenn man vor oben der Kasten oder Puls war gerade auf dem Weg nach oben Kasten ist noch unten was machst du da ist ein rechtes Rad kaputt oder warum drehst du das mal im Kreis schaufte aus wir müssen mal in die Werkstatt wir spawnen immer hier also erwartet ein Pulsangriff von oben nicht sehr wahrscheinlich wie sieht es hier aus einer ist gerade ins Badezimmer gerannt pass auf oben auf ach da war der Dropper ne nein der war oben die sich erstmal selbst beneist alter ist der Raum sonst clear ja ja glaub schon jetzt renn mir nicht vor das Visier alter warte ich renne rein die haben den Tor für dich gemacht faggots lol faggots ha faggots faggots alter hier titten fick of the play alter exp ich bin jetzt wieder weg hallo back wie Bustricht männob aus ich bin jetzt wieder back hallo Bustricht sagt er mit 202 alter guck dir mal den ersten aus unserem team an ja der hat nicht so viel gescannt wie du da scheibe ist immer noch irgendwo keine ahnung am viel verzocken hat gerade nebenbar verkauft für 1000 dollar diesmal haben wir auch kein carsten alter geil diesmal kann der shit tatsächlich vertreten ich habe kein schild nein welcher wurden hat den dropper aufgemacht haben wir jetzt echt ein schild zu wenig das ist doch belastend soll da ich habe noch nie sowas belastendes gesehen die haben schild er ist tot da bin ich eiskalt an der vorbeigesprungen naja natürlich trifft er mich ja wahrscheinlich man ich habe fast keine lehnen mehr ja genau alter ich glaube hat man halt einen geinjolt ja da ist der hund sohn mit dem schild montagne oh lol den man spielen kann montagne die war da ist jetzt auf der treppe hat mich getötet der kommt einfach um die ecke gerannt und messer dich ach so schild scheibe ja als ob der einfach so um die ecke gesprintet kommt ein schild typ um dich zu mästern was ist denn mit ihnen falsch alter da dachte er sich auch einfach mal einmal party bitte die sind oben also da wo die davor waren nur oben drüber also bürghoff ist so ich will auf die speerspitze doch das geht jawohl ja zwei rennen rüber richtung tv beziehungsweise ella ist nur richtung tv holt sie stehen geblieben Hm, das ist toll, das ist ja. aber ich kippe ich habe das Polster hat gerade ein durch die Wand geschrotzt da hinten kann man die Ding auch machen ich war genau auf seinem Kopf und er stirbt nicht Mann Bandle kommt rein der war hinter dir und hat dich nicht gesehen der stand hinter dir was zum Teufel alter wollen wir woanders hin oder wollen wir noch mal T T to the E to the R to the S L4 alter da brrr oh ist es umkern oh shit jetzt ist es Barbecue ok jetzt gibt es die 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 das Okay, da hat's schon. Fittschtrone! Aua! Du brauchst da jetzt gar nicht die Wand ankommen, du Stück Scheiße! Ich weiß ganz genau, dass du das machst! Alter, ich hab jetzt noch 52! Ich guck dir einfach die Wand an, Alter! Oh, BV fährt rum! Beziehungsweise haffert rum! Hi! Wie geht's? Geilen Quadro-Copter hast du doch! Die haben schon wieder ein Schild! Der wird von mir einfach die Fresse bekommen! Außen ist der, der läuft zur Tür! Der schieft! Ah ja, ich hab Twitch geinjured! Wo? Außen! Hier außen am Fenster ist einer! Das Schakal! Der kommt rein, glaub ich! Äh, so lächerlich, ne! Hier im Nebenraum, Schakal, äh, Klubschi da, bei... Warte, ich kann auch nicht schießen! Ja, ich bin grad unten! Ah, okay! Ja, da, wo der ist! Okay, hat ihn! Warte mal, warte mal! Garnate! Scheiße! Ah, Twitch ist draußen und, äh... Komm mit deiner Drohne in den Raum! ...Montagna auch! Und warte mal! Schau doch! Da dreht sich... ...fucking Montagna ausgerichtet dann zu mir, äh... ...ja, jetzt müssen wir... ...letzte Runde... ...die muss sitzen! ...Gutscheibe weiß auch noch nicht so richtig, wen er spielen soll, wa? Warum? Ja, mal bist du IQ, mal ein bisschen Mute, mal bist du... ...keine Ahnung was... ...Frost... Ja, aber... ...Frost hattest du, Mute hattest du, du hattest Dog, du hattest... ...ääh... ...Rug... ...Mute habe ich ausgesehen genommen... ...äähm... ...ja, Frost halt wegen Schild... ...also... ...gegen den Schild halt, falls der da reinläuft, falls der dumme ist... ...Rug und Dorf sind halt immer gut... ...ja, die haben jetzt auch Frost die Frost die Frost... ...ja, hab ich nicht... ...und... 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 ...Smoke und Ella... ... ...ihngwie sitze ich beim Rainbow Six zu zocken... ...immer wie der letzte Krüppel... ...sich weiß nicht, warum?! Okay, Geisha ist voll. Wir haben Geisha komplett dicht gemacht. Im Raum ist ein Smoke-Ding. Ja, drei Stücken im Raum. Keine Ahnung, wo die anderen sind. Einer ist unten, Jägers unten. Hä, das gibt kein Zünderspiel, ey. Jäger tot. Doch ist doch. Oh, WP mit der Granate. Nice. Wunderschön, Sieg. Hui. Das war Wunder, 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 geil, schön, sexy, schick, alter. Jawohl, MWP 7500. Alter, ich habe 75, 75 Punkte. Lul. 13,5, jawohl, ja. Da gibt es doch direkt hier 5 Alpha Packs. Ah, schade. Ja gut, das war mal wieder eine geile Runde. Man merkt auch glaube ich, so langsam kommen wir wieder rein. Wir hatten Spaß, beziehungsweise ich hatte Spaß. Ich weiß nicht, ob die anderen Spaß hatten. Bei BV ist man sich sowieso nicht sicher, ob der überhaupt mal Spaß hat im Leben. Wir verabschieden uns. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Support freuen. Und wir sehen uns auch hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Tschüss. 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 look im